Auf Kuba gibt es anteilmäßig die meisten über 100-Jährigen. Zwar zählt diese Dame aus Havanna dazu noch nicht, doch auch für ihre 97 Lenzen schwingt sie ihr Tanzbein noch beachtlich. Vor allem hat sie ein paar Moves drauf, die man eher bei Miley Cyrus vermuten würde, als bei einer rüstigen Kubanerin. Musikalisch begleitet wird ihre Darbietung von einer Straßenmusikerin, die sie mit Hits wie dem traditionell neapolitanischen Funiculi Funicula versorgt. Wer würde mit 97 Jahren nicht auch gerne noch so beschwingt durch die Straße tanzen? Musikalisch Musikalisch Musikalisch